Ob du nun den Schritt in die Selbstständigkeit wagst, eine Führungsposition hast oder dir überlegst, im Rahmen der Personalüberlassung zu arbeiten, mit diesem Buch erhältst du einen außergewöhnlichen Einblick in die Welt der Zeitarbeit und darüber hinaus. Lerne auf 160 Seiten mit 23 konkreten und leicht anwendbaren Tipps in Menschen zu investieren. Mit zusätzlichen Checklisten und Musterverträgen ist dieses Buch ein wertvoller Ratgeber, mit dem du einfach und effektiv deinen Erfolg ansteuern kannst. Egal ob deine Krise Corona oder Hartz IV heißt, einen Neustart kannst du jederzeit beginnen. Beginne ihn am besten erfolgreich.